Anhand dieser Warnzeichen weißt du, dass du den falschen Job machst. Ja, welche sind das? Das gibt es heute alles im Podcast. Herzlich willkommen. Ja, die Warnzeichen. Ich habe das bei der Karrierebibel gesehen und fand das richtig cool, habe direkt Screenshots gemacht und das möchte ich einmal mit dir teilen und so ein bisschen auch meine Einschätzung dazu geben und erstmal Shoutout an Karrierebibel, sehr, sehr coole Seite, kann ich nur jedem wärmstens empfehlen. Ja, so Warnzeichen, der Job macht dir keinen Spaß. Ja, du machst einen Job, findest ihn langweilig, er fordert dich nicht heraus, das ist schon mal ein erstes Anzeichen zu erkennen, okay, ich bin hier nicht richtig, irgendwas muss ich ändern, weil das funktioniert so nicht. Und oft fehlen einem auch die Herausforderungen. Ja, es ist irgendwie, ja, es gibt kein Ziel so richtig, ja, es ist irgendwie Alltag, es verändert sich nicht und es gibt keine Herausforderungen. Jetzt natürlich je nachdem, ob du jetzt Mitarbeiter bist und das aus Mitarbeitersicht siehst oder diese Podcast-Folge jetzt aus Sicht einer Führungskraft siehst, ja, heißt das auch direkt für dich, okay, wenn du merkst, der Mitarbeiter hat keinen Spaß an der Arbeit, du merkst, dem Mitarbeiter, dem fehlen die Herausforderungen, dann musst du aktiv werden. Ja, und auch natürlich dieses Unterfordern. Die Aufgabe ist irgendwie langweilig, ja, hat keine, es ist keine, keine wichtige Tätigkeit. Also du, das denkst, da kann man interessierten Affen dran setzen, das würde genauso funktionieren. Ja, irgendwie, wenn du bist definitiv unterfordert. Ja, du könntest viel, viel mehr, dein Leistungspotenzial wird gar nicht abgerufen, du musst dich gar nicht anstrengen, du musst gar nicht großartig nachdenken. Das ist einfach eine stupide, einfache Fließbandarbeit. Ja, das sind also Dinge und auch ein Thema, du kannst dich nicht weiterentwickeln. Du hast das Problem, dass du auf der Stelle trittst, du siehst da auch kein, kein Vorankommen, es ist keine, keine, ja, Herausforderung, habe ich ja schon gesagt, aber es ist halt nicht auch in absehbarer Zeit zu sehen, ja, die Tätigkeit verändert sich nicht großartig, du, du weißt ganz klar dein Aufgabengebiet und da kommt einfach nicht mehr und auch Fortbildung wäre nicht angeboten und auch deine eigenen beruflichen Ziele, du wolltest irgendwie immer schon Geschäftsführer werden, du wolltest schon immer Regionalleiter werden oder du willst Niederlassungsleiter werden oder Key Accounter, egal was, selbstständig und du merkst irgendwie, also hier mit der Arbeit, die ich jetzt gerade mache, da komme ich nicht weiter. Da ist Stillstand, Stillstand ist Rückschritt und da kommt Frust auf und so merkst du halt, dass du halt den falschen Job wohl hast, die falsche Aufgabe und deine Führungskraft, du als Führungskraft musst es erkennen durch Gespräche und durch Fragen wahrnehmen, einfach mal genauer hinschauen und nicht einfach nur, ja, so Dienst nach Vorschrift machen und kommt ja keiner auf mich zu, da muss ich auch nichts machen und vielleicht hat sich der Job auch verändert. Früher war so, das hat noch Spaß gemacht, das hat mich gefordert, da musste ich mich anstrengen, da musste ich nachdenken, da konnte ich meine eigene Idee mit reinbringen und jetzt ist es irgendwie, ja, auch wieder Thema Fließbandarbeit, irgendwie im Hamsterrad befinde ich mich, jetzt ist kein Weiterkommen, es fordert mich nicht heraus, ja, ist alles so, dreht sich um das Gleiche, die Arbeit macht keinen Spaß mehr und das ist halt immer gefährlich, weil wenn die Arbeit keinen Spaß mehr macht und dann ruft dich in Headhunter an, dann hat der leichtes Spiel, dann sagt er, du, ich habe eine neue Stelle, gib Flauna mehr Geld und schwuppdiwupps, sitzt du in einem Vorstellungsgespräch bei einem Marktbegleiter und bist dann vielleicht dafür sehr, sehr empfänglich und du als Führungskraft verlierst einen guten Mitarbeiter, weil der Mitarbeiter jetzt empfänglich ist für solche Gespräche und es sind, ja, man sagt ja, zwei Drittel der Mitarbeiter sind unzufrieden und nur ein Drittel von diesen zwei Drittel will auch was daran ändern. Das heißt, du hast ein Drittel, die einfach sich der ganzen Sache ergeben haben, die einfach Dienst in der Vorschrift machen und irgendwie sagen, ja, okay, was ich habe, das habe ich, was ich kriege, das weiß ich nicht, aber ändern will ich ja auch nichts dran. Das eine Drittel ist super zufrieden und das andere Drittel wartet eigentlich nur auf einen Absprung und guckt auch mal hier und da und die sind irgendwann weg, ja, das sind die Latenzsuchenden, das sind die, die halt mit Social Media Ads zum Beispiel dann halt angesprochen werden und da gilt es halt drum, dass diese Prozent, dieser Prozentsatz kleiner wird und was kann man dann da machen? Was tun also? Erstmal wäre wichtig, so eine Selbstreflexion. Was mache ich denn für eine Tätigkeit? Wie sieht es denn aus? Ja, wo stehe ich jetzt aktuell? Wo möchte ich hin? Was ist mein Ziel? Und auch einen Plan zu entwickeln, wie ich dahin komme. Ja, weil es heißt ja nicht nur einfach, ich habe ein Ziel, aber ich muss ja auch einen roten Faden entwickeln, wie ich dieses Ziel erreiche. Ist es überhaupt realistisch? Habe ich das überhaupt schon mal kommuniziert? Weiß jemand davon? Ist das in diesem Unternehmen überhaupt möglich? Kann ich dort Geschäftsführer werden oder sitzt der Geschäftsführer so fest im Sattel und der möchte auch gar nicht das abgeben? Der hat ganz andere Ideen. Das sind Dinge, die du dich fragen musst und das hat was mit Selbstreflexion zu tun. Also schau mal, okay, wie ist denn meine Situation und wie kann ich die vielleicht auch ändern? Dann Profilierung. Schärfe mal dein eigenes Profil. Ja, steck dich mal genau ab. Okay, was möchte ich da genau machen? Was kann ich? Was kann ich nicht? Was möchte ich? Was möchte ich nicht? Und dann musst du natürlich auch gucken, dass du bei deiner Führungskraft sichtbar wirst. Und du als Führungskraft, wenn du das jetzt hörst, jemand möchte sichtbar werden und möchte für dich sichtbar werden. Was ist denn dann die Motivation? Also wenn du merkst, okay, ein Mitarbeiter drängt irgendwie nach vorne und möchte sich zeigen und zeigt sich, also hat der ja wahrscheinlich ein bisschen mehr vor. Also kann man die auch besser fördern, fordern und mit denen ins Gespräch gehen. Wenn du so jemanden hast, ja, schätze dich glücklich, weil der will weiterkommen. Aber du musst auch die Zeichen der Zeit erkennen und dann auf das Gespräch suchen und dann eine Entwicklung zu führen. Wenn du das doch noch vorhast, lieber Mitarbeiter, dann lass uns einen Plan, eine Strategie entwickeln, wie du das schaffst. Wie sieht das Zeitfenster aus, in dem du das schaffst? Was sind noch für Voraussetzungen, die da sein müssen? Muss er vielleicht noch eine Fortbildung machen? Brauche er vielleicht noch deine Unterstützung? Ja, alles Dinge, die da wichtig sind. Ist jetzt immer ein bisschen schwierig. Einmal erzähle ich das jetzt aus Mitarbeitersicht, weil da hat sich ja auch die Karrierebibel halt drauf berufen. Aber meine Idee ist ja dann auch, das direkt als Führungskraft dann auch zu sehen und das dann abzuleiten und daraus Dinge besser zu machen. Ja, also da sichtbarer werden. Netzwerken, interne Optionen prüfen, externe Kontakte knüpfen. Da also mal gucken, kann man vielleicht sich mit jemandem im Team absprechen, der auch eine Tätigkeit macht, die ihm nicht so gefällt. Vielleicht kann man mit dem tauschen. Was gibt es da für Möglichkeiten? Mal sprechen, was die Kollegen, die Kolleginnen vorhaben. Wo die hin möchten, findet man da seine Position? Ja, hat man da vielleicht sogar Fürsprecher? Ja, oder kann der Kollegin den Kollegen Arbeit abnehmen, die man dann selber lieber macht und dafür macht dann der und der die Kollegin Arbeiten, die ich jetzt aktuell mache? Das sind halt Möglichkeiten. Ja, und da jetzt als Führungskraft das auch zu transferieren, mal zu gucken, arbeitet jeder in seinem Bereich, wo er auch am stärksten ist? Weil da wird er auch am besten sein und wird er auch am meisten Gas geben, macht die wenigsten Fehler. Hast du das schon mal geprüft? Ob nicht vielleicht die Auftragsannahme, die Sachbearbeitung oder Teile der Aufgaben der Sachbearbeitung jemand anders viel besser machen könnte? Hast du Mitarbeiter, die eher für den Vertrieb prädestiniert sind und andere Mitarbeiter, die besser im Recruiting sind? Ja, also da kann man auch ganz sicher seine Mitarbeiter auch adäquater einsetzen und dann werden die automatisch auch zufriedener und der Output wird ein besserer und ein größerer. Natürlich, wenn du selbst so eine Situation hast, dann guckst du intern, was gibt es für Möglichkeiten? Ansonsten gibt es halt extern, da gibt es halt Karrierenetzwerke, da gibt es Singen, da gibt es LinkedIn, da gibt es Headhunter, die dich sicherlich schon mal angerufen haben und denen nimmt man dann Kontakt auf und sagt, hör mal zu, das ist meine Situation, hast du da eine Alternative, liegt dir gerade ein Angebot vor, gibt es dann eine Vakanz, wo ich vielleicht drauf passen könnte. Und das ist ja, das ist ja der Worst Case, das willst du als Führungskraft ja nicht, dass deine Mitarbeiter sich aktiv um einen neuen Job kümmern. Aber wenn du das nicht machst, du deine Mitarbeiter nicht betreust, dann tun die das. Ohne dein Wissen und du bist dann auf einmal überrascht, dass die dann sagen, ja, Herr Sohnso, haben Sie mal fünf Minuten für mich, dann machen die die Tür zu und habe ich ja letztens schon gesagt und dann gibt es halt so ein unangenehmes Gespräch. Ja, ich habe mich entschieden, das Unternehmen zu verlassen, hier ist meine Kündigung und dann wird es ganz schwer, diese Mitarbeiter wieder davon zu überzeugen, weil der Prozess davor ja schon stattgefunden hat. Er hat ja schon, sonst hätte er das Gespräch ja mit dir gesucht. Aber wenn er dir die Kündigung hinlegt und sagt, dann bin ich raus, das ist meine Kündigungsfrist, ich habe was Neues, dann hat er sich schon für das andere Unternehmen entschieden und gegen dein Unternehmen. Und das fühlt sich dann auch so an. So ein Gespräch ist nicht schön, aber da ist meistens schon zwei Drittel der, die gekündigt haben, kannst du vielleicht auch, ich würde sogar sagen, vier Fünftel derjenigen, die die Kündigung geschrieben haben, die kannst du nicht mehr davon überzeugen, zurückzukommen. Ist ja auch nicht gesagt, dass du auch alle halten möchtest davon. Und bei einem Fünftel würde ich sagen, kann man da nochmal verhandeln, kann nochmal gucken, ob man nochmal vielleicht nicht nur übers Geld kommt, sondern auch, was die Tätigkeit angeht, was die Perspektive angeht. Weil er hatte ja, der Mitarbeiter hat dir ja schon mal vertraut, er hat ja bei dir gearbeitet. Da sollte man zumindestens es noch probieren. Und wenn es für dich ein guter Mitarbeiter ist und du eigentlich sagst, ja, er hat mir schon Argumente gebracht und der wird bestimmt nicht bleiben und trotzdem probiere es, weil es auch eine Wertschätzung ist. Das zeigt ihm, dass der Mitarbeiter auch wieder zurückkommen könnte. Es könnte ja sein, er wechselt, ist total unglücklich und sucht dann nach einer neuen Herausforderung wieder. Und wenn du ihm dann suggeriert hast, du würdest ihn gerne halten und du suggerierst ihm, passend auf, wenn das nicht klappt, ich kann sie jetzt hier nicht halten. Ich verstehe das, ich kann ihre Beweggründe verstehen. Aber wenn das nicht funktioniert, kommen sie doch gerne wieder zurück zu uns. Und das allein, diesen Satz, der kann dir helfen, auch vielleicht den Mitarbeitern wieder zu gewinnen. Weil viele denken, in einem alten Unternehmen, wo sie schon mal waren, werden die bestimmt nicht wieder eingestellt. Da ist verbrannte Erde, das macht man nicht. Und da muss man schon ganz schön mit sich ringen, dass man das macht. Aber es ist eine Option, wenn du die nicht dem Mitarbeiter, deinem ausscheidenden Mitarbeiter näherbringst, dann wird der auch nicht diese Option in Betracht ziehen. Aber es gibt ihm ein gutes Gefühl, dass er einen guten Job gemacht hat. Und das ist ja eigentlich das Ziel, nicht im Streit auseinander zu gehen, sondern ja Arm in Arm, dass man da vielleicht noch eine Basis hat, wo man dann zukünftig, wenn man sich in der Stadt sieht, wenn man sich auf einem Event sieht oder mal wieder telefoniert, dass man dann einfach sagen kann, okay, wir haben uns auf Augenhöhe dann auch getrennt. Und dann ist auch ein Wiedereintritt möglich. Aber wenn es da schon Irritationen am Ende gegeben hat, ist es immer doof. Und warum soll man mit jemandem in Streit auseinander gehen? Weil das gärt ja nach. Das bleibt bei der Person, das bleibt bei dir. Und deshalb auch nicht zu empfehlen im Streit. Ja, auch das Thema Weiterbildung. Ja, kümmere dich um Weiterbildung. Wenn du weiterkommen möchtest, dann kümmere dich selbst auch um Weiterbildung. Da gibt es genügend Möglichkeiten. Ich selbst habe ja in meinem Unternehmen dann auch Fortbildung wie Dickkräuter. Habe ich selbst bezahlt. Habe ich einfach gesagt, okay, ich möchte das machen. Ich investiere in mich. Und dann habe ich das getan. Klar, kostet das Geld und ist auch Risiko. Aber die Investition in die eigene Fortbildung, in die eigene Birne ist extrem sinnvoll. Das empfehle ich dir auch. Wenn du unzufrieden bist, möchtest du was an der Situation ändern, investiere auch dich und deine Fortbildung. Und da gibt es so viele Möglichkeiten. Wenn du da Fragen hast, schreib mir gerne. Dann kann ich dir sicherlich Tipps geben, was es für Möglichkeiten gibt. Oder du kommst zu mir. Ich schule dich. Du kommst ins Mentoring, ins Coaching rein. Und dann bringe ich dich auf den nächsten Level. Vielleicht ist das was für dich. Würde ich mich sehr freuen. Und generell, wenn du unzufrieden bist, du weißt, ich suche noch Unterstützung. Ich suche eine Assistenz meiner Person. Termine machen, Briefe schreiben, Mailings. Jetzt nicht nur klassisch, wo man dann sagen würde, dass das eine klassische Sekretärin oder Sekretärarbeit, sondern Assistenz geht schon weiter. Und je weiter du bist, umso mehr kann ich dich auch einspannen. Zu tun habe ich reichlich. Und ich habe auch ohne Ende Ideen mehr als Züge gefahren. Aber ich brauche halt auch die Manpower, um das Ganze umzusetzen. Und derzeit komme ich da schon an meine Kapazitätsgrenzen. Und deshalb brauche ich dringend Unterstützung. Und wenn du so jemand bist, würde ich mich sehr freuen. Oder du kennst jemanden, hast im Freundes- und Bekanntenkreis jemanden. Ja, und wie gesagt, ob Teilzeit, Minijob oder Vollzeit, wir finden da auf jeden Fall eine Lösung. Lass uns einfach mal ins Gespräch kommen. Ja, das mal dazu. Ich suche noch Vertriebler, wenn du da auch Lust drauf hast oder kennst jemanden. Ja, ich will ja nicht nur abwerben im Podcast, aber ihr kennt so viele Leute da draußen und vielleicht sagt, ach, das ist hier was für meinen Bruder, für meine Freundin, für den Arbeitskollegen, ja, für den vom Fußball. Keine Ahnung. Ja, vielleicht fällt euch da jemand ein. So. Und dann, wenn du Weiterbildung machst, dann schaffst du neue Möglichkeiten. Du kannst dann auch zu deinem Chef gehen und sagen, ich habe jetzt die Fortbildung gemacht, ich bin jetzt in dem und dem Bereich, bin ich jetzt fit, da würde ich jetzt gerne weitergehen. Also, ja, vielleicht gibt es ja jetzt dann die Möglichkeit. Vorher hatten sie das Argument, ja, was haben sie denn da? Und jetzt habe ich was gemacht, habe ich, habe das Engagement gezeigt, dass ich mich selbst weiterentwickelt habe und das sogar aus eigener Tasche bezahlt. Das heißt, die Motivation ist auf jeden Fall da. Und das sollte auch jeder Führungskraft auch zeigen, okay, da ist jemand, der will. Und in den sollte man auch weiter investieren. Und ansonsten, was gibt es für Möglichkeiten? Ja, dann gibt es den Jobwechsel. Intern vielleicht gucken, ob man in einem anderen Standort bei einem, unter einer anderen Führungskraft vielleicht da mehr Erfolg hat. Vielleicht, dass man in die Hauptverwaltung wechselt, dass man vielleicht aus dem operativen Geschäft rausgeht, dass man vielleicht nicht mehr Disponent ist, sondern dann ins Recruiting geht. Alles Möglichkeiten, die man machen kann. Oder man sucht den externen Jobwechsel. Ja, das ist halt auch eine Möglichkeit, die man da wählen kann. Aber eigentlich sind wir mal ehrlich, wir wollen doch eigentlich bei dem Arbeitgeber bleiben und sind unzufrieden. Und nur weil wir zu faul sind und uns vielleicht grämen oder glauben, das hat eh keinen Erfolg, trauen wir uns nicht, mit unserer Führungskraft in Kontakt zu treten. Und das darf nicht sein. Ich möchte dich dazu motivieren, geh mit deinem Vorgesetzten, mit deiner Vorgesetzten ins Gespräch und versuche eine Änderung herbeizuführen. Und wenn das nicht fruchtet, du das zweimal gemacht hast und dann merkst, nein, da tut sich nichts, dann würde ich auch den Schritt und die Konsequenz dann auch ziehen und den Job wechseln. Aber vorher, du weißt ja, was du hast. Du kennst die Kollegen, du kennst die Gegebenheiten. Versuch doch, was daran zu ändern. Wenn es eh aussichtslos ist, ja, warum arbeitest du da noch? Dann ist es Zeit für Veränderung. Dann nimm den Mut, schöpfe die Kraft und mach das und entscheide dich davor. Das ist immer doof. Es sind immer Unwägbarkeiten, die dabei sind, wo du nicht weißt, was passiert. Ja, es ist normal. Das geht allen so. Jeder, der was Neues beginnt, weiß nicht, was ihn erwartet. Aber du weißt jetzt, was du hast. Und wenn du jetzt unzufrieden bist, kannst du ja auch nicht viel schlimmer werden. Aber Tipp, probiere vorher das Gespräch mit deinem Vorgesetzten, damit du nicht Gefahr läufst. Ja, vielleicht das ausgelassen zu haben und dann reichst du die Kündigung ein und sagst, hier ist doch kein Problem. Hier ist doch die Stelle, da ist die Möglichkeit oder so. Ich weiß, manchmal öffnen sich Türen erst, wenn du eine Kündigung eingereicht hast. Aber hast du vorher alles probiert? Weißt dein Vorgesetzter von deinen Ideen, von deinen Motivationen, von deinen Zielen, weiß er das? Oder glaubst du nur, er weiß das? Oder er müsste das anhand seiner Reaktionen sehen, an deinen Gesprächen, deinen Fragen? Nein, denk nicht für die anderen, sondern sag es denen und dann wirst du sehen, ob es funktioniert oder nicht. Ich drücke dir da ganz, ganz fest die Daumen. Komm gerne zum Austausch in den liebe Zeitarbeit Club, www.liebezeitarbeit.com.club. Einfach anmelden, komm in die WhatsApp-Gruppe, wir tauschen uns regelmäßig aus und dann kannst du mir deine Fragen stellen und kannst dich austauschen mit der Community, mit den ganzen anderen. Über 100 sind ja mittlerweile vertreten, alleine der WhatsApp-Gruppe und da passiert eine Menge und wenn du da eine Frage hast, stehe ich mit Rat und Tat zur Seite und auch die Kollegen, die Community, die Podcast-Community. In diesem Sinne, bleib gesund, pass auf dich auf und reflektier mal, ob du in deinem Job zufrieden bist und wenn nicht, ändere was. In diesem Sinne, ja, ich bin raus. Ciao.